Mein Name ist Martina Karnes, ich bin Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe meinen Traumberuf erwischt. Dazu gehört natürlich auch, dass man dann arbeitet, wenn andere frei haben. Also Wechseldienste, 24 Stunden Anwesenheitsdienste und auch Rufbereitschaften gehören zu meinem täglichen Alltag. Und damit ich am Wahlsonntag meine beiden Stimmen abgeben kann, mache ich Briefwahl. Angela Merkel ist für mich eine Frau mit Vorbildfunktion. Und wie sie unser Land zusammenhält, beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue.